Das Stück ist insofern wirklich besonders heutig, weil die Frage gestellt wird, wie kann man vermeiden oder gibt es Möglichkeit zu vermeiden, dass ein Despot an die Macht kommt. Das ist so die Hauptfrage des Stückes. Und das Interessante dabei ist, dass die Mittäter eine große Rolle spielen. Also in was für Zeiten leben wir, dass so etwas möglich ist, dass jemand an die Macht kommt, wo alle wissen, er lügt und er ist ein Verbrecher. Dass so etwas dann funktioniert, also wie sehen die Zeiten aus, wie instabil ist da eine Gesellschaft, dass sie so jemandem dann doch die Möglichkeit geben, den Thron oder die Herrschaft, einem Despoten, einem Tyrannen die Herrschaft zu überlassen. Das ist das wirklich das Spannende und auch Erschreckende an dem Stück, dass jeder weiß, es ist ein Verbrecher und die Zeiten werden gefährlich werden.